Yo, liebe Leute, was geht wieder bei? Let's play Pokémon Beirut Freegetter und das mal ein Mausweg machen. Ich hab mal wieder die Ahnung von Mano. Aber ich weiß, dass wir fliegen müssen. Und zwar... So viel weiß ich schon bald. Und dass wir kämpfen müssen. So weit weiß ich auch. Aber dann... Hab ich keine Ahnung mehr. Hiiii. Okay, wir sind nicht wie so in diesem Ding. Und das war irgendwie hier. Ja. Keine Ahnung mehr. Ja. Ja. Ich denke mal schon. War... Ich bin hart verwirrt. Na, die Musik sagt schon, dass es richtig ist. Denk ich zumindest. Jedoch könnte ich mich auch irren. Aber ich glaub... Oh, Leute, das stimmt. Äh, da übersehe ich mich ein bisschen was und irgendwie so gut. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Der erste Fight. Hey, Bald? Was machst du hier? Keine Ahnung. Chill. Das ist ein Anfrag. Geht eben klar. Eine Herausforderung von Team Rocket. Goldball. Was soll warum die sich das eigentlich vorbehalten? Äh, was... Alles passt hier sogar. Das passt sogar sehr sehr. Was big cut to dice. Höher kommt als nächstes. Zubat, okay, dann lasst ich dich... Dann lasst ich dich gleich da ab. Das wird ja easy peasy lemon squeeze. Okay. Ich muss immer gucken, was kommt und dann überlegen. Ob ich's Pokémon kennen oder was ich da nicht machen kann. Was hab ich dann zu bad. Also bleibt Pikachu da. Okay, ja, wir sind ein bisschen überlevelt für die. Aber das ist ja ganz schlimm. Wir sind nur die Rocket so klein. Das ist normal, dass ich nicht so farben. Radikal. Äh, ja. Gut. Ja. Gut. Schlimm. Okay, die to. Okay, mir. Okay, wir kämpfen jetzt. Was ist Pokémon das? Ah, das war das. Gut. Gut. Muss also wanted sein. Wir sind zu level 42. Wie geht es sich? Ja, ha, ha. Ja, ha. Zubat, der Pikachu. Pikka, Pikachu. Oder Raichu. Sorry. Ja, sorry. Raichu, Raichu. Raichu. Ich war grad hart verwirrt. So mein zweites Bildschirm. Hab schon irgendwie so ein Prime offen. So voll viele Seelen, die ich noch nie gesehen hab. Und denkt mir so. Hä? Oder muss das offen? Na ja, whatever. Gut. Ja, ihr seid doch eh la... Hä? Du hast hier nichts verloren. Drohne, du verpiss dich. Laug meh. Die besten sind Banditen. Oh, geh weg hier und vor. Hier dürft ihr nicht sein. Aber hier drauf nicht. Voll Idioten. Oh, nee. No. Ich kann nicht schon kollapsen, wenn du nicht das hier. Alter. Alter. Das tut dir ab. Oh, schau. Das ist... Das hat wegetan. Das hat ziemlich wegetan. Aber wieder tränke, Alter. Whatever. Whatever. Super. Der du bist. Ups. Schon wieder. Juh. Ich hab mich fertig. Aber der andere hat mir echt... Echt... Nee, weg. Das ist nicht so schön. Die... Das ist nicht so schön. Deswegen... Hier will ich auch gleich mal. Okay. Ja... Nee, ich hab äußerst nicht leidschuh. Angewinn. So. Äh... hier geht nur mit dem türfner das ist kein zutritt doch mal alter muss alles so feindlich über den krieg geführt und hier lassen die aus dem schimpfen umlauf das ist natürlich der beste nächster da lassen wir dich mal drinnen ich glaube es geht gut ich glaube es ist ich bin ich mir nicht so sicher aber wie es aussieht aber wie es aussieht lieg ich wieder mal durch das wäre der beste kann man gar nichts sagen ja du bist da ihr seid doch mal slow ich bin einfach der geilste bitte fischer weiter kommen nein wie ich nicht das sieht ja gut aus du bereitest uns nicht als ärger ihr kennt mich doch nicht mal was da wird man ich mich zu werden heil also warte ich kenne die leute nicht öö du bist scheiße gefilter du bist du ärger ok denk doch mal ob es was gibt das hab ich keine ahnung das sah nicht so aus aber wir sind bis 40 sind glaube ich der elektro wer glaube ich das beste denk ich schon mindestens ja natürlich ich bin wieder sehr guuut und jetzt tschüss heute kann ich erst mal greifen nein nein ich paralisiere ach gut hat es auch nicht paralisiert das geht mir so auf die keks aber ich lasse es auch bei der wappen ich glaube hier muss ich nicht sprechen ob die silv co schon erledigt ich bin so ein ganzes ich bin so ein das ist ich bin so ein ich bin einer der vier richtigen rocket büder nein hat die katschen gut nicht ist nicht alles kann man nicht Cutelt's nichtes... Nice! Cutelt's live life-hits? Ja psst! Mieste wird ein Maschhofer, am Kично mit finden... ... Gar, was habt ihr von hier? Stimmt! Der Kontoontoigkeit hat keine Kraft. Flick doch mal! Flick! Tja, daneben? Gut, das machen wir mal wieder einfacher als Sex. So. Ich glaub ich bin ja eh falsch, weil's so in die Kämpfe... Oje, oje Mine, bitte hilf mir! Schau ihn dir an! Wer ist denn der? Den Feigling, oh mein Gott. Sie müssten uns wegen unserer Poképrodukte hoffen, die Sylph so abgesehen haben. Das Team Rocket benutzt die Pokémon, weil er versucht die Welt zu erobern. Oho. Interessant. Das Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Das sind so Lachen. Ich kann die's auch schaffen. Du fragst es nicht Team Rocket 2? Wiedersetzen? Oh, ihr seid doch ein Lenslappen. So wie da seht ihr. Mann. Mann. Ah. Ja, nur zuppeln im Lachen, zum Beispiel ich verarschen. Die Arbeiten Level. Ja, 41 mit so fällig. Ich님�ler. Das ist nicht so fein. aber juckt und schottig die ich bin ja richtig Ah, was wir denn sehen? Ja, ja, Goldbad, plus I won it. Also, man, weiss. Fick uns auf. Nein. Locket. So. Ja, bla bla, Geld, Geld hier. Ich will jetzt wissen, ob ich ja nicht dich bin, oder? Ähm. Ich geh einfach weiter hoch. Das klickt mir mal gut. So wie möglich. Ja. Oh. Oh. Will ich schon wieder hier? Ne. Du warst dann nicht. Stopp! Hast du einen Termin bei Boss? Bei Boss? Ja, eigentlich nicht. Ich will aber mal dort hin. Das wäre schon cool. Ich hab so keine Ahnung, wie ich denn gekommen bin. Du, 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 du. Jaaaa, was lebst? Was. Du, 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 du. Du kannst getrost da bleiben. ich habe es aus versucht fast schon nehmen wir mal ich habe es gut was kommt das ist übertrieben aber Was ist das nicht One-Hit? Ach ja, ich hab nichts zu tun. Was ist das? Wie ist das getan? Hast du die Wetterentwicklung von diesem? Nein, das ist das denn. Scheiße. Ähm, also dann... Gut. Ist klar. Ich glaub, noch ein Slam. Wie? Ja, ist das. War es letztes Programm? Warte, warte. Nee, aber wir leveln das jetzt mal ein bisschen. So. Slaps, glaube ich. Genau. Wunderbärsch. Ach, hier ist ein Pokéball. Ich zinke von. Wohl. Alles klar. Ist schon mal falsch. Gut. Gut. Wir kommen neuen Stock. Es ist nett, dass du vorbeischaust. Du weißt. Ich bin immer. Das wird echt schön. Ach, das neue Pokémon. Das ist sehr gut. Das ist so wichtig. Aber so zu wechseln wir auf. Kirido. Kirido. Oh nee, das ist gut. Nee, das ist gut. Nee, da nicht. Ich halt's mal. Flieger fischend hoch. ja da die bellen zu 33 besorgt ich will nicht schön so sonderbombo alles klar und dann meine folge ist natürlich wieder sehr viel passiert sehr viel erreicht nicht aber bei den anderen sind ja natürlich viel mehr und nach dem kampf und dann sieht ihn wieder schießt sich weiter aber bis dann kommt die klaren ja 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 ist jetzt ich krieg nie was gebraucht ein vertreibender nicht hinbekommen das ist nicht so wie die tipps ich guck das das muss Nee, war klar. Genau, ich kann nur... Das Schiff. Oh, das war so klar. Ach du Scheiße. Okay, gut fühlen. Okay, jetzt muss der war trotzdem gut. Sehr, sehr gut. Und die Klasse noch Level ab. Wenigstens das. Jetzt. Reiz schon ein Level ab. Klasse Level ab. Das reicht mir schon. Die 3. Und jetzt hiel ich die noch für die anderen. So, so, ziel ich mal. So. So. Und dann bedanke ich mir wieder zu schauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.